Sooo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbones! Ich bin wieder und so, tschö. Ja der Dave muss immer noch fressen und zwar haben wir ... Wir glauben es jedenfalls, dass wir unseren Planeten wiedergefunden haben. Nur leider fehlt uns die Kohle, um dahin zu kommen. Das heißt, wir werden hier dann wohl noch ein Weichchen bleiben müssen, um einfach Kohle zu sammeln. Ja man, diesmal bin ich nicht da gerade. Das muss sein, es muss sein, es muss sein. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. So. Ja, Mann, der hat mich geheilt. Schick, schick. Und ich muss das Starlight auch nochmal neu hochfahren. Geil, die Sachen hier sind neu gespawnt. Die ganzen Sachen in den Kisten sind neu gespawnt, Dave. Hammer. Kräft er an, kräft er an. Ja, der greift er an! Das ist richtig bad, das. Nichts, nichts, nichts. Aber kein Bock, da wieder runter zu gehen, weil wir da schon mal waren. Wir mussten nämlich den Server neu starten, weil der Server abgekackt ist. Ist das hier unten Kohle? Nein, das ist nicht. Oder? Nee. Doch. Ist das jetzt Kohle oder ist es keine Kohle? Nee, das ist Stein. Aber hier haben wir ein Stück Kohle. Nee, doch, das ist... Ist das Stein oder ist das jetzt Kohle? Ich glaube, das ist Stein. Das ist Stein. Oh! Kusch, 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 kusch. Ja. Nice, der Bogen haut rein. Kann ich eigentlich Föckeln machen? Ich brauche dringend welche. Scheiße, kann ich nicht. Ich habe keine Kohle. Oh, und dabei hier haben wir noch Kavis, da oben. Und da oben haben wir einen Scheiß-Fisch. Fuck. Ich habe überhaupt keine Fackeln mehr. Ich könnte auch nicht unterirdisch jetzt irgendwie nach Kohle suchen. Da ist aber, glaube ich, Kohle. Oder ist es auch nur wieder Stein? Das ist Stein. Toll. Hier haben wir noch etwas... Cobblestone... äh... ...Kopper. Boah, Junge, wir brauchen dringend Kohle. Scheiße. Ja, und das Silber hier ist auch immer noch da. Oh-oh. Ja, der kommt. Oh. Zack, weg mit dir. Da ist aber Kohle. Ja. Mega viel Kohle. Nice. Ja, klar. Die Kohle kann ich nicht aufheben, weil mein Inventar voll ist. Wo? Was kann ich denn hier lassen? Das Schnee kann ich da lassen. Auch wenn man daraus Snowballs machen könnte. Boats. Ja. Und das Gold hier nehme ich mal auch mit. Vielleicht wäre es mal ne Alter, wenn die mir immer nur übertreibt. Kommt ja richtig angesprintet. Was für ein Lappen ohne. Ich bin vergiftet. Und ich kille dich. Wichser. Nein, das ist Iron Man. Junge, wie die Viecher immer knurren. Die sind freundlich, aber knurren wie die Pest. Ich guck mal. Ich laufe mal eben hier. Oh, ich bin poison durch den Scheißforz. Shit. Boah, hör auf. Poison zu sein, Junge. Ich liebe das, dir so wegzuwäschen. Boah, ich dachte schon, genau da drunter wäre Kohle. Ja, aber hier haben wir noch Schipgold. Boah, und ich hoffe, der Nave ist bei dem Fressen fertig. Hätten wir auch endlich mal weitermachen können mit dem. Professionell und ordentlich. Nein, hier steht genau... Das war ein Versehen. Ihr standet genau da. Tragen wir uns. Ja, okay. Oder ihr stirbt. Das geht auch. Ich hätte euch die Wahl gelassen, aber nein. Oh, scheiße, jetzt ist das Spiel gerade mega am Haken. Ah, jetzt geht's wieder. Ich dachte mir schon, dass das nur kurz andauert. Nein, schon wieder ein Bus. Verarschen. Und ich bin auf dem Boden aufgeschlagen. Ach, scheiße. Das kann ja noch was werden hier mit diesem Planeten und Kohle finden. Egal, ein bisschen Kohle habe ich gefunden. Die werde ich dann gleich mal reintun. Mal gucken, ob wir dann zu diesem Planeten kommen. Der Dave ist auch nicht mal ganz so frisch am Start. Mal sehen, wo ist die Kohle. Da, 18 Stück im Allentwas. So, dann gucke ich noch mal. X. Wann ist die Koordinaten? Ähm. Minus. 1, 0, 8, 0, 9, 9. Da bin ich wieder. Anderschen. Ich gucke jetzt noch, ob die Kohle ausreicht. Wie viel hast du? 192. Leider ist mich fliegen. Ich habe auch noch Kohle. Ich habe mehr gefunden. Komm auf mein Schiff und gib das da rein. Ja, ja, welcher? Das hier denkst du, ist das Sonnensystem? Junge, komm einfach auf mein Schiff. Ich bin auf deinem Schiff, du bist nicht hier. Ey, warte, ich komme gleich. Ich gucke mal ganz kurz hier nach Kohle. Jo, okay, mach. Jo, okay, mach. Warte, noch nicht fliegen. Doch, ich schaue jetzt ab. Jucke. Lüschi und ey. Bei mir bist du noch nicht da. Na, Junge, ich komme doch jetzt gleich. Ja, dann mach hin. Ich bin mal da nach Boden. Wie lange geht das? Wie geht das? Ah, gleich. Ich schaue mich weiter. Jetzt könnt doch mal. Toll, ich bin tot. Ich komme. Klar. Da werde ich wieder zusammengeflickt. Bei mir stehst du schon da. Tja. Hey. Okay, jetzt guck nach. Ich habe meinen bisschen Anteil an Kohle da noch reingepfeffert. Leck mich. Ich wette, dass es jetzt dafür, dass es sowieso der falsche Planet ist. Wette ich auch. Egal, wir können es ausprobieren. Ah, jetzt hakt der gerade wieder. Ne, immer noch zu wenig. Fuck. Wie viel brauchen wir denn? Keine Ahnung. Steht da nicht irgendwie? Doch, Junge, da ist dann irgendwie so eine rote Anzeige. Junge, warum machst du immer den Stuhl weg, den ich da hin tue? Leck mich, der ist von den Arsch. Nein, der soll da stehen, damit ich mich auch da hinsetzen kann. Stehen wir jetzt doch gemeinsam. Oh, Dave. Ich guck mal, eben noch ein paar andere Planeten. Ach, vielleicht findest du den ja noch. Die sitzt nicht. Ist der... Nein, der sieht auch ziemlich ähnlich aus. Nein, der ist auch nicht. Ich weiß ungefähr, wo der lag, deswegen. Ich weiß, dass das so ein blauer, blauer Planet war im Prinzip. Na ja, eher so ein brauner, wegen der Erde. Ja, ich meine das ganz große, das Sonnensystem war blau. Ach so, ja. Oh, Hans. Das war's garantiert nicht. Jetzt auch nicht. Ne. Ach, das kann das gewesen sein. Nein. 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 Ne. Oh, fuck. Ich brauche Cobblestone. Hm. Wie viel Cobblestone hast du? Big Rob. Oh, warte. Nice. Was? Was? Ich hab uns was Schönes gemacht. Bist du dir bekannt vorkommen. Tschö. Nice. Haha. Geil. Boah. Boah. ich hatte es bis hier das war lauter für mich mit kubi das bogen stärker ist der normale klar Ja, nehm ich. Tja. Hälst du wohl gern. Ich lecke nicht hin. Tschö. Pistisch. Nein. Tja. 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 Ja, da hat's noch. Ich hab nur zu hin. Tja. 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 Nein, scheiße, da läuft immer noch hinter mir her. Ah, da ist ein scheiß Hauch nach Kohle. Ah, und da unten haben wir ja stimmt wieder die Kiste. Oh, was ist das denn für ein Schwert? Ein scheiß Schwert, okay. Wollen wir mal hin, wieder ein paar Pixel. Ja, weg mit dir. Shit, ich glaube, ich nähere mich wieder dem Boss. Sowohl etwas Kohle. Sauber. Du hast noch fucken, ne? Nö, auch nicht. Shit. Voll schwul. Ja, ja, ich aber... Nein! Komm mal weiter nach links, hier ist ein Boss, den können wir nur gemeinsam besiegen. Ich bin gleich tot. Das hilft mir jetzt nicht. Nein, hör auf mit Poison. Nein, nein, nein. Ich mach das Zelt. Der Dave ist am Abkacken. Mein Schwert. Nice. Ist das so eine Kiste im Boden? Ja. Ja, πολeten Boden. Warte, ich mach mal, eben wieder das Zelt, ey. Hä! Warte, ich komme. Oh, und die Folge ist um. Also, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play, StarBow. Tschüss! Gute Nacht! Macht's.